Ich werde das Beispiel vom Herrn Wagner weiterspinnen und zwar mit dem typischen Use-Case für das Sammeln von Daten, nämlich Predictive Maintenance. Predictive Maintenance, was versteht man darunter? Was sind die Prinzipien? Das Prinzip von Predictive Maintenance ist einfach ganz einfach. Man tauscht ein Aggregat aus, bevor ein Ausfall des Aggregats zu einem Produktionsstopp führt. Natürlich will man es nicht einfach so austauschen. Man will es austauschen, wenn es nötig ist, wenn es eh ausgefallen wäre, aber eben vorher, bevor es ausfällt. Wie macht man das? Man zeichnet einfach markante Daten auf aus diesem Aggregat und dann analysiert man diese Daten und hat bestimmte Bedingungen, unter denen diese Daten auf einen Ausfall hinweisen. Gut, was könnten solche Bedingungen sein? Also es gibt natürlich Aggregate, die haben einfach eine bestimmte Lebenszeit. Also zum Beispiel nach zehn Jahren muss das Aggregat ausgetauscht werden. Oder sie haben eine bestimmte Anzahl von Operationen oder einfach eine Dauer, wie lange sie im Betrieb sein dürfen. Also zum Beispiel bestimmte Relais dürfen einfach eine halbe Million Mal schalten und dann müssen sie ausgetauscht werden. Oder man hat eben eine Änderung des Verhaltens und diese Änderung des Verhaltens erkennt man eben an Anomalien in den aufgezeichneten Daten. Wenn man das nun tut und man so eine Anomalie kriegt oder so eine Bedingung, dann schaut man sich mal das Aggregat an. Und falls das Aggregat wirklich zum Austausch fällig ist, ich meine eine Anomalie kann ja auch zum Beispiel durch geänderte Umgebungsbedingungen passiert sein. Aber wenn denn tatsächlich ein Verschleiß vorliegt, kann man das Gerät austauschen. So, ein Moment, das muss ich hier. Gut. Ja, jetzt fällt eine Sache auf. Man hat gesehen, welche Bedingungen zu einem Austausch des Aggregats führen. Ablauf der Lebenszeit, Anzahl der Betriebsstunden oder der Schaltereignisse. Das heißt, da sind ja eigentlich gar keine Daten erforderlich. Ich meine, wann die Lebenszeit abläuft, da braucht man ja nur ein Datum, nämlich wann hat man es denn eingesetzt oder wann ist das Gerät, das Aggregat erzeugt worden. Ja, und natürlich, wenn man keine Daten braucht, dann soll man auch gar keine Daten verwenden. Und deswegen kann man sowas zum Beispiel auch ganz einfach ganz lokal in der SPS programmieren. Wie würde man das denn tun? Ja, mir tut es leid, dass es so klein ist. Das liegt an dem Remote Desktop. Normalerweise reicht es einmal zu minimieren und zu vergrößern. Aber dazu müsste einfach hier dieser, ja, es hier oben dichtbar sein. Gut. Ja, wie würde man so Predictive Maintenance implementieren? CoSys verfügt ja über Objektorientierung. Man hat einen, man würde typischerweise einen Basisbaustein machen, der die Gemeinsamkeiten aller Predictive Maintenance Aggregate, also aller Aggregate, die der Wartung unterliegen, darstellen würde. Und das ist einmal der Modulname. Das ist eine, für eine, sagen wir mal, Ampel, die den Zustand des Gerätes anzeigt, also ob das Gerät okay ist, ob es sozusagen in Kürze zur Austausch ansteht oder ob es erforderlich ist, das Gerät auszutauschen. Und dann hat man nochmal einen Button, um das Serviceereignis anzuzeigen. Gut, abgeleitet davon gibt es dann einen konkreten Baustein, der einfach in dem Fall eine Zeitdauer, die übergebe ich hier einfach als Anzahl der Monate. Ich habe dann hier den Aufruf von diesem Baustein. Machen wir hier mal das hier ein bisschen größer. Da gebe ich halt den Namen rein und hier die Anzahl der Monate. Passend zur Objektorientierung in der Programmierung gibt es auch eine Objektorientierung in der Visualisierung. Man hat also einmal den Basisbaustein, der sozusagen die Grundvisualisierung darstellt, also den Maintenance Ereignis, also Austausch des Aggregats durchführen. Hier die Ampel und hier die Bezeichnung. Und davon abgeleitet den passenden Baustein, der das sozusagen für das Wartungsereignis tut, für die Lebensdauer. So, wir schauen uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Ich logge mich ein auf die Steuerung, bin ebenfalls hier auf diesem Gerät. Jetzt ist es endlich so, wie wir es getestet haben. Gut, also, jetzt gucken wir mal auf die Steuerung. Hier ist eine Webvisualisierung vorhanden, die mittlerweile funktioniert. Ich habe hier ein kleines Übersichtsbild zusammengestellt und habe hier so eine Kachel, in der mir das angezeigt wird. Also ein Aggregat dieser Anlage hält 36 Monate. Das sind noch 1079 Tage. Und wenn wir jetzt einen Moment warten würden, würden wir sehen, dass sechs Wochen vor Ablauf dieser Zeit, also ungefähr im Februar 2021, diese Lampe hier auf gelb geht. Gut, das warten wir jetzt nicht ab. Wir gucken mal weiter. Ich meine, das war ein sehr einfaches Beispiel. Wir gehen mal zu dem nächst komplizierteren Beispiel, also der Anzahl von Schaltoperationen. Die könnte man jetzt auch aufzeichnen natürlich im Internet und dann zählen. Ist natürlich sehr aufwendig, weil letztendlich muss man die einfach nur zählen, während sie auftreten. Diese Operationen treten typischerweise im EA-Anschluss auf. Und da haben wir eine neue Funktion eingebaut, die es erlaubt, solche Bausteine als Vor- oder Nachbearbeitung von EA-Ans einzuführen. Wie funktioniert das? Wir nennen das die Funktion SmartIO. Man markiert einen Funktionsbaustein mit einem Attribut, der für eine Vor- oder Nachbearbeitung von EA-Ans einsetzbar ist. Man kann dann über einen zusätzlichen Add-FB-Dialog diesen Funktionsbaustein an einem Kanal einsetzen. Und der wird dann implizit jedes Mal, wenn der Ausgang geschrieben wird, aufgerufen. Gut, schauen wir uns das mal live an. Ich sehe, man braucht hier keinen zusätzlichen Funktionsbaustein-Aufruf. Und man hat hier im Ausgangsabbild, im Mapping, die Möglichkeit, wenn man einen Kanal eingewählt hat, hier einen Funktionsbaustein an einen Kanal zu vergeben. Hier sind die gültigen Funktionsbausteine gelistet. Und diese Funktionsbausteine wird dann einfach aufgerufen, sobald der Ausgang geschrieben wird. Auch hier gibt es natürlich eine kleine Visualisierung dazu. Das ist der zweite Maintenance-Baustein, der einfach Zyklen zählt. Der ist schon ein bisschen komplizierter. Hat natürlich auch eine eigene Visualisierung. Die die Anzahl der Zyklen zählt und die Anzahl der erlaubten Zyklen. Den haben wir jetzt konkret auf ein Aggregat gelegt. Das gehen wir mal online. Schauen uns das mal an. In der Visualisierung. Es ist jetzt kein Relais, sondern es handelt sich hier um diesen kleinen Pneumatikzylinder. Den kann ich also jetzt betätigen. Und dann werden die Zyklen entsprechend gezählt. Und dass ich es nicht so oft machen muss, habe ich jetzt hier einfach mal den zyklisch aufgerufen. Die Lebensdauer ist natürlich nicht auf eine halbe Million eingestellt, sondern auf 50. Und sobald der diesen Schwellwert erreicht hat, wird es erst mal gelb als Warnung und dann irgendwann rot. Gut, das beeindruckt, denke ich, noch keinen. Gut, jetzt kann man den... Jetzt kann man den Baustein natürlich zurücksetzen und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt die Anzahl der 50 Zyklen, die hatten wir aus dem Datenblatt des Herstellers, des Aggregats. In vielen Fällen hängt aber natürlich konkret die Wartung von anderen Werten ab. Also das Erkennen von Wartungsereignissen hängt von Werten ab, die in der Anlage begründet liegen. Also, konkretes Beispiel. Ich will wissen, ob ein bestimmter Pneumatikzylinder in Ordnung ist. Und nicht nur, ob der seine Lebensdauer erreicht hat, sondern ob dieser Pneumatikzylinder vielleicht aufgrund eines mechanischen Problems ausgetauscht werden muss. Ich will also einen Verschleiß erkennen. Den Verschleiß kann man zum Beispiel daran erkennen, wie schwergängig dieser Zylinder sich bewegt. Das heißt, sobald er im Verschleiß vorhanden ist, wird er sich langsamer bewegen. Oder auch schneller bewegen, aber irgendwie anders bewegen, als er das bisher tut. Jetzt kann ich mich mit der Stopp- oder Nebenstellen. Das ist ein bisschen aufwendig. Was man aber machen kann, ist, man kann einfach eine Lärmphase davor schalten. Das heißt, ich lerne erst mal, wie lange eigentlich dieser Zylinder wirklich braucht. Und zwar in der konkreten Maschine, also mit der ganzen Mechanik, die dran steht. Nachdem ich das aufgezeichnet habe, habe ich so eine gewisse Streuung. Es ist ja Mechanik. Und dann setze ich da einfach ein gewisses Limit drum. Also vielleicht 30 Prozent des üblichen Bereiches. Und dann kann ich auf diese Grenzen prüfen. Auch diesen Baustein habe ich programmiert. Und er zeichnet sich eben dadurch aus, dass er besonders einfach zu programmieren ist. Man hat einfach einen Namen, also in dem Fall Workzylinder. Und man hat einen Trigger, wenn es losgeht, wenn man das Ventil einschaltet. Und man hat einen Ausgang, wenn die Endlage erreicht ist. Gut, auch dafür gibt es natürlich eine kleine Visualisierung. Die schauen wir uns gleich live an. Das sieht so aus. Ich habe also hier meinen Zylinder. Ich habe hier eine kleine Testoberfläche hier unten. Also ich kann die einzelnen Zylinder hier verfahren. Ich fahre mal den ein bisschen aus. Und mein Zylinder ist der senkrechte Zylinder, den ich hier wartungsüberwache. Und in dem Moment, wenn ich den bediene, misst er mir die Zeit. Man sieht es, in der Grafik ist hier in dem Wartungsbild oder in dem Übersichtsbild zur vorhersehenden Wartung wird genau diese Grafik aufgezeichnet. Und das lasse ich jetzt einfach ein bisschen laufen. Und dann kriege ich hier einen gewissen Bereich. Tatsächlich sehe ich, dass am Anfang das noch untypisch war. Ich werde am besten deswegen gleich nochmal lernen. Und man sieht, dass so ein Zylinder eigentlich ganz schön zuverlässig funktioniert. Nämlich wirklich plus, minus vier, fünf Millisekunden diese Bewegung durchführt. Jetzt ist die Wartung abgeschlossen. Also die Lärmphase ist abgeschlossen. Und jetzt werde ich mal hier ein kleines mechanisches Problem simulieren. Indem ich hier mal dran halte. Und wenn man sieht, ist dieser weiße Strich, der geht hier sozusagen raus aus dem gültigen Bereich. Und man erkennt, dass das Wartungsereignis dadurch eingetreten ist. Und dass wir hier eine Wartung durchführen müssen. Können wir natürlich machen. Und dann gleich wieder neu lernen. Gut. Bisschen komplexeres Beispiel. Denke ich auch praxisrelevantes Beispiel. Wir haben immer noch keine Daten ins Internet geschickt oder Daten analysiert. Das wollen wir jetzt machen. Also jetzt wollen wir tatsächlich mal Daten analysieren. Und zwar, wenn wir jetzt ein komplexeres Beispiel haben. Sie sehen, daneben ist noch ein Antrieb. Von dem Antrieb möchte ich jetzt wissen, ob er richtig funktioniert. Dieser Antrieb, wenn der ein mechanisches Problem hätte. Die Position kann man da nicht nehmen. Das wird ja eigentlich sehr gut rausgeregelt von dem Antrieb. Was aber sehr typisch ist für mechanische Probleme, ist die Stromaufnahme. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel die Stromaufnahme von dem Antrieb aufzeichnen und ins Internet schicken. Nach einer Zeit könnte ich den analysieren und an einer bestimmten Stelle würde ich vielleicht eine Anomalie entdecken, die dann auf ein Wartungsereignis hinweist. Das ist natürlich eine gültige Methode. Das Problem ist, ich muss diese ganzen Daten speichern. Das kann sehr viel werden, wenn es sich um sehr viele Antriebe handelt, die ja alle in der Form untersucht werden müssen. Das wollen wir schlauer machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man weiß, nach was man sucht. Herr Wagner hat ja gesagt, es ist gut zu wissen, nach was man sucht. Da kann man das Ganze auch sofort machen. Man kann also in Echtzeit danach suchen, lässt die Daten vorbeilaufen und dann die Anomalien erkennt daran Anomalien. Der Vorteil, ganz simpel, man kann es hinterher die Daten einfach wegschmeißen. Man muss diese Daten nicht aufbewahren. Gut, das wollen wir jetzt machen. Wie läuft das? Noch keine Umschaltung. Ist noch eine Folie da? Danke. Ja. Die verschiedenen Internetdienstleister, Web-Service-Provider, haben ja nicht nur Angebote für Datenspeicherung, sondern auch für Machine Learning. Wie funktioniert Machine Learning? Ich habe einfach eine bestimmte Anzahl von Daten, Daten, die sozusagen sich immer also die dem richtigen Wert entsprechen. Und diese Daten schicke ich erst mal ins Internet zu dem entsprechenden Dienst, eben diesem Machine Learning Dienst. wenn ich das getan habe, kann ich einzelne Datensätze ebenfalls an diesen Dienst schicken und die überprüfen. und irgendwann sagt mir dann, dass ja, dieses Machine Learning, das eben auf verschiedenen Algorithmen, zum Beispiel neuronalen Netzen, beruhen kann, dass ich hier eine Anomalie vorliegen habe. Das ist übrigens typischerweise in Form eines Anomalie-Scores. Also man kriegt einen Prozentsatz. Man kriegt gesagt, es ist 100% der Normalfall oder es ist 89% der Normalfall und irgendwo hat man einfach einen Schwellwert. Ja, ganz konkret, wie sieht das aus? Wir wollen ja ein bisschen ausgeglichen sein, deswegen verwenden wir diesmal nicht von Microsoft Azure einen Dienst, sondern von den Amazon Web Services. Es gibt einen Dienst namens Kinesis. Den haben wir in folgender Weise implementiert. Hier ist unsere SPS. Wir haben dann den IoT-Hub. Den gibt es eins zu eins auch in Amazon, also auf den Amazon Web Services. Über eine IoT-Rule wird einfach jeder Datensatz, der eine Stromaufzeichnung des Antriebs darstellt, in so einen Kinesis-Stream reingeschoben. Kinesis ist der Dienst für Echtzeit-Datenanalyse von Amazon. Dieser Datenstrom, der wird hier analysiert, das heißt eine bestimmte Anzahl von Lärmvorgängen, erzeugt ja sozusagen für jede Aufzeichnung einen Anomalie-Score und der wird an eine sogenannte Lambda-Funktion weitergeleitet. Eine Lambda-Funktion ist einfach ein Stück Python-Code, der sozusagen ausgelöst von einem Ereignis angestoßen werden kann, für den man gar keinen Server vorsehen muss, also keinen Server, auf dem der Code rechnet. Und das wiederum wird weitergeschickt an ein Topic, das ist wiederum, das läuft in den IoT-Rub rein und erzeugt eine MQTT-Message, die mir dann so an die SPS zurückgeschickt wird. Also das ist der Ablauf. Was attraktiv ist an dem Ablauf, ist, wir müssen keinerlei Serverleistung oder keine Server in der Amazon Cloud reservieren. Das sind alles Managed-Dienste, die man so unmittelbar verwenden kann. Also, gucken wir das mal an. Wir stellen mal den Antrieb hier an. Der dreht sich jetzt hin und her. Wir haben hier auch so eine analoge Oberfläche. Ich klicke jetzt hier auf Learn und was der jetzt praktisch tut, ist, die Stromkurve wird aufgezeichnet und eine nach der anderen in die Cloud geschickt. Und zwar 30 Stützpunkte aus dieser Kurve. Die 30 Stützpunkte sind genau das, was das Chinesis in Amazon sozusagen unterstützt, an Merkmalen. Nachdem diese Lernphase zu Ende ist, erzeugt mir das System erstmals ein Anomaliescore. Warten wir noch einen Moment. So, der Anomaliescore, der ist jetzt momentan 83 und der Referenzscore, der ist 71. Das ist einfach, was ich aufgezeichnet habe. So, und jetzt werde ich auch hier wieder so ein mechanisches Problem erzeugen, indem ich mich hier mal festhalte. Und man sieht schon, die weiße Kurve, die macht sozusagen eine Ausnahme. Und jetzt kriege ich sofort einen Score von 3,6. Man sieht, das ist ein relativ empfindliches Verfahren. Und ich habe sozusagen jetzt erkannt, dass ich hier reingefasst habe. Das Attraktive ist, ich muss also nicht, ich muss sozusagen nicht wissen, wie sieht die Kurve aus, was ist normal, was ist nicht normal. Das System lernt es für mich und erkennt Abweichungen. Übrigens auch Abweichungen, die nur partiell stattfinden. Gut. So, das hat hoffentlich doch jemanden beeindruckt. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir gesehen haben. Ja, Predictive Maintenance mit Codesys. Wie macht man das richtig? Also erstmal, ganz normale Bautmittel, Objektorientierung, Visualisierung, ist alles wunderbar dafür geeignet und man kommt sehr weit, ohne überhaupt ein Datum in die Cloud zu schicken. Smart IOs ist eine sehr gute Stelle, um das einzusetzen, weil an den EAs kann man normalerweise die Bausteine aufhängen. Die geeignet sind für so eine Predictive Maintenance Analyse und das führt auch dazu, dass jemand, der sich die Applikation ansieht, auch sofort weiß, wozu diese Bausteine da sind. Ja, und dann muss man eben wirklich schauen, macht es Sinn, Daten aufzuzeichnen, basierend auf der Komplexität, wenn es sich um einfache Vorgänge handelt, lokal arbeiten, wenn es sich um Komplexität handelt, kann die Cloud verwendet werden und kann auch einfach verwendet werden. Also diese Anwendung an die Cloud, das war wirklich eine Sache von ein, zwei Tagen. Jetzt brauche ich doch noch mal ganz kurz den Computerbildschirm, wenn ich den noch mal kriegen könnte. Ah, den, äh, ja genau. So. Jetzt kann man nicht sagen, das war eigentlich ein Trick, das ging ja nicht in die Cloud. Das wollen wir uns, will ich aber doch kurz noch nachweisen, dass das tatsächlich in der Cloud stattgefunden hat. äh, 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 da gehen wir jetzt hier mal rein, schalten noch mal den Antrieb an, äh, 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 jetzt kann man hier wirklich in diesen Kinesis-Dienst gehen, und das ist eben dieser Stream, den wir tatsächlich, äh, verwendet haben. Da klickt man drauf, guckt hier auf Applikationsdetails, Realtime-Analyse, und da kann man jetzt tatsächlich, ähm, diesen Anomalie-Score sehen, der aktuell erzeugt wird. Und der bewegt sich jetzt momentan bei 1,08, und das ist auch genau das, was in Kürze angezeigt wird. Also er hängt natürlich immer ein bisschen nach. Also Echtzeit ist es nicht, aber es ist ja bei Wartung eigentlich auch gar kein Thema. Gut. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Europag